Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 32 von Unepic. Es geht direkt weiter, ich hab Laune. Gucken wir mal in die Tür da rein, was da los ist. Und ein neuer Auftraggeber und irgendwas, was nach unten führt. Ach du Scheiße. Hey Opa, was tust du alleine hier, so weit von deinen Leuten entfernt? Ich, ich so alt. Jeder lacht über mich. Die Jüngeren haben keinen Respekt. Tut mir leid, ich wollte dich nicht kränken. Du scheinst ein gutes Kind. Äh, ich verrate Geheimnis. Ich kenne geheime Formeln für die Rückkehr zur Jugend und Stärke zurück. Erlangen, wenn ich wieder jung bin, werde ich stark wie ein Gigant sein und Rache an denen nehmen, die mich beleidigen. Ein Elixier der Jugend und eines, das die Stärke eines Giganten gibt, das ist fantastisch. Warum hast du es noch nicht gemacht? Letzte Zutat fehlt. Unten ist eine Höhle, in der ein Wächter ein Dracheneil bewacht. Ich, zu alt zum Stehlen, brauche dich, um es zu stehlen. Ein Ei von einem Drachen. Und was bekomme ich als Gegenleistung? Hilfst du dem Alten? Will der Alte magischen Ring der Stärke von Kolzarek dir geben. Der Ring verleiht Stärke im Kampf. Wichtig ist nicht, das Ei zu zerbrechen. Bringe mir ganzes Ei. Du verstehen? Nicht Ei zerbrechen. Okay, ich habe verstanden. Ich bringe dir das Ei in einem Stück. Ich werde vorsichtig sein. Ach du Scheiße. Das sieht doch fast zu einfach aus. Was mit den Pilzen da? Nichts. Okay. Hä, ist hier irgendwas? Oh ne, das da wird definitiv ein... Oh Scheiße. Bin ich erschrocken. Das ist jetzt nicht wahr. Das da ist nicht wahr. Ey, bin ich erschrocken. Ach, jetzt sehe ich... Hä? Seht ihr da oben das? Die Pilze bewegen sich. Ah, und mein Begleiter greift die an. Kann ich die auch anbe... Ja, ich kann sie auch angreifen. Alter Schwede, bin ich erschrocken. Ich kann es euch gar nicht sagen. Alter Schwede. Oh leck. Ich weiß, ihr lacht euch kaputt. Das ist behindert, aber... Ja, was soll ich denn machen? Alter Schwede. Alter, Alter, Alter. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ach, fuck. Hä, wo ist das Drachenei jetzt? Was wollen die von mir? Da hinten drin. Okay. Machen wir. Ach so, Heilpflanze ist vielleicht hier jetzt nicht der richtige Begleiter. Wobei es geht, komm. Ja, komm, wenn ich vorne weg tanke, wird er mich von hinten immer schön heilen. Ist auch in Ordnung. Ist mal eine andere Taktik. Ja, was wollte er mal gegen irgendeinen Ring der Stärke? Ja, jetzt greifen die natürlich über beide Distanzen an. Coldax wäre wahrscheinlich hier die richtige Wahl. Aber wie gesagt, der Pflanzenmann ist auch nicht schlecht. Heilung ist nie verkehrt. Der hat nicht mitbekommen, dass ihm jemand ins Kreuz geschlagen hat. Jetzt vielleicht... Ist das so geil. Ah, nein. Was mache ich denn? Heil dich, Pflanze. Jo. Das macht aber so Laune. Es ist so sinnfrei. Aber auch so geil. Ja, dann bekommen wir... Ah, so kommen wir da überhaupt wieder erst hoch. Okay. Ist da eine böse Pflanze? Böser Pilz. Böser Pilz. Und das ist jetzt das Drachenei? Ei. Aufgabe. Dies muss das Ei sein, von dem der alte Goblin sprach. So schwer, das wird ein enormes Omnit abgeben. Haha, warte, da bewegt sich etwas im Ei. Es lebt. Das muss das Drachenbaby sein, das anscheinend schlüpfen will. Der Alte muss das gewusst haben und darum sollte ich das Ei auch nicht zerbrechen. Das Drachenbaby tut mir leid. Mitleid, das Wesen in dem Ei wird alles zerstören, was ihm in den Weg kommt. Es darf nicht geboren werden oder es verwandelt die ganze Burg in Asche. Meinst du das ernst? Aber es ist nicht nur ein kleiner Babydrache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr Feuerspucken Leute frisst. Was, wenn ich das Ei zerbreche? Törichter Dummkopf, öffne es nicht, wenn du nicht in seinen Flammen sterben willst. Hm, wünschst du die Aufgabe abzuschließen, die Belohnung zu kassieren und nicht vom Drachen verbrannt werden, gib das Ei einfach dem alten Goblin. Willst du etwas riskieren, das Ei öffnen und die Belohnung verlieren, wähle Öffnen im Inventarmenü. Sau geil. Jo, wir öffnen das Ding, oder? Hm, würde ich jetzt sagen. Ist bestimmt ein Begleiter, würde ich ja fast drauf wetten, ein Feuerbegleiter, oder? So, und jetzt? Ja, grüner Drachenwelbe. Und jetzt? So, sortiere ich das mal neu. Ja, so ist es, wird da unten bei den Begleitern geführt. Kleiner verlassener Drachenwelbe verschießt Feuerbolzen gegen jedwede Kreatur, mit Ausnahme derer, die nicht durch Feuer verletzt werden können. Oh, gegen jedwede Kreatur. Ist natürlich eigentlich, in dem Sinne besser wie Cold, ne Quatsch, Coldax macht das auch. Jo, ich hole ihn jetzt einfach mal raus. Rufen. So, jetzt haben wir ein Drachenbaby dabei. Jetzt kriege ich natürlich die Aufgabe nicht. Von dem anderen Typen. Das ewige Ei. Ja, dem kann ich vielleicht jetzt noch Bescheid geben. Dann findet er mich wahrscheinlich überhaupt nicht lustig. Ja, cool. Neuer Begleiter. Sehr cool. Je nachdem, ob das Ding auch ein bisschen Leben hat. Vielleicht regeneriert ja mal Leben bei irgendeinem Begleiter, außer bei der Pflanze. Hm. Cool. Hatte ich jetzt nicht damit gerechnet. Nicht unbedingt. Irgendwas mal so. Drachenei ist natürlich immer verdächtig. Ja, dass da irgend so eine... Ja, weil auch die Belohnung... Ja, der Ring. Aber was bringt mal Ringe? Der Ring werde ich schon noch finden. So, der findet das wahrscheinlich jetzt gar nicht so lustig. Ähm, das Ei ist zerbrochen und ein kleiner Drachenwelpe kam heraus. Ach, du Kopf. Ich sagte... Ich habe seine Stimme vergessen. Ich sagte, nicht zerbrechen, das Ei. Keine Belohnung für dich. Ja, gut. Alles klar. Und dann ist die Quest vorbei. Jo. Gut, alles klar. Wunderschön. Muss schön die Stimme vergessen. Der Alte hat einen Stimmbruch gehabt, sozusagen. So, und jetzt müsste das Ding doch hier brutal abgehen. Muss mir eigentlich gut helfen. Ja, sehr geil. Das ist doch mal krank, oder? Macht sogar richtig fett Schaden. Und ist das Ding schon down? Kriege ich Erfahrungspunkt. Das wäre jetzt noch optimal geil. Wenn das noch gewährleistet ist. Ähm, Moment. Wie kann ich das am besten sehen? Charakter 13.855. Feuerding, mach was. Feuerding, da ist was. Hallo. Hä, hat das Ding nicht genug Power, um anzugreifen gerade, oder was? Warum greift es? Es war doch jedwede Kreatur, hat es doch geheißen, oder? Ah, ja, jetzt greift es natürlich an. Jetzt, wo ich... Ah, Charakter, schnell. Mach was. So, 13.954. Ich will das nur wissen. So, das Ding haut sich auch direkt. 54. War ja die Endsumme. So, gucken wir doch mal. Ne. Das Ding gibt auch Erfahrungspunkte. Ja, dann ist das nur der Nachteil von Cold Axe. Cold Axe, wenn der die Leute einfriert und die ganz am Schluss praktisch down sind, dann bekomme ich keine Erfahrungspunkte mehr. Ist vielleicht auch ein Bug hinsichtlich des Einfrierens. Kann auch sein. Was weiß ich. Aber dann ist hier der Feuertrache natürlich wunderbar geil. Hm. Ähm, jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich da weiter vorgehe. Jo, aber ich würde sagen, Feuer behalte ich dann eher nur drin, als irgendwas anderes. So, jetzt kann ich natürlich hier noch runter. Guck mal noch. Oh, eine Falle. Beziehungsweise. Gut, okay. So, sonst noch was hier. Jetzt hier. Ja, oh, nochmal so eine Höhle. Ah, und hier käme ich auch in den Bereich da unten drunter. Okay. Okay, und dann könnte ich nach oben weitergehen. Gucken wir uns mal an, was hier los ist. Hä, was ist das jetzt? Irgendein Buch. Rolle der Ausleuchtung. Okay. Süß. Was bringt das mit der Ausleuchtung? Weiß ich natürlich nicht. Gucken wir mal. Hm. Habe ich wohl schon gehabt. Ach so, das ist der Raum komplett gecleared oder so. Was war das das? Entzündet alle Fackeln und Lampen in einem Raum. Vier Räume könnten wir damit schon machen. Das könnte ich eigentlich fast mal testen bald. Da muss ich mir nicht immer den ganzen Kack da geben. Hey, Cold Ducks gibt Gas. Jo, Schaden ist brutal, oder? Ach, nicht Cold Ducks. Wie, der junges Drachenwelpen-Ding. Und wir bekommen hier jetzt bald auch noch sozusagen neue Rüstung und so ein Kram. Müsst ja auch bald kommen. Ah, und genau. Die greift dann natürlich jetzt auch an. Die Raben sind natürlich auch mega nervig. Das wissen wir ja noch. Die klauen uns ja, glaube ich, die Sachen. Also hier der Raum ist wahrscheinlich wieder ein Belohnungsraum, nehme ich mal an. Ich schlage jetzt einfach mal wie wild. Bevor die Rachen mich angreifen. Die werden mal, wie gesagt, die Sachen wieder klauen. Ich schlage jetzt einfach, ich sehe die nämlich kaum. Ja, was war das jetzt? Was hat er denn jetzt gemacht? Kein Treffer ist auch ein Treffer. So, den habe ich getroffen. Wunderschön. Mal ein bisschen ausleuchten, dass ich ein bisschen was sehe. War es das schon? Nein, das sind noch welche. Drache, ich verlasse mich auf dich. Du bist jetzt hier der Mann. Ah, und hier haben wir noch eine Schnellreise. Fällt mir ja auch mal früh auf. Warum war ich eigentlich noch nie hier? Ich dachte eigentlich, ich wäre hier mal durchgegangen. Hm, was weiß ich, was hier abgeht. So, Moment. Ganz kurz hier mal die Schnellreise-Funktion öffnen. Ja, die ist dann hier. Gut, alles klar. Halt nochmal ein Stück weiter sozusagen. Ja, macht eigentlich keinen Sinn, die alte Schnellreise zu nutzen. Außer wenn ich da irgendwie schnell irgendwo hin muss. Also nach oben muss, ins Labor oder wo es auch immer dorthin geht. Ich würde ja darauf wetten, dass es in dem Raum wieder irgendwas Wichtiges gibt. Die Raben, also was heißt ja, Raben hatten bis jetzt eine 100%-Quote. Einmal und einmal war was richtig Geiles drin in dem Raum. Vielleicht ist es ja auch diesmal so. Ich würde ja darauf wetten, in irgendeinem... Was ist jetzt los? Ah, 50% der Burg sind beleuchtet. Das ist schon mal cool. Das sind die Pörner. So. Wunderbar. Nicht bei den Raben laufen. Dann klaut er mal immer Ausrüstung und so. Ist halt mega nervig. Ah, dann haben wir ja was. Jo, genau. Ah, ich hasse das. Bestimmt kommt das auch noch bei irgendeinem Boss. Irgend so eine Sache, wo man da Jump-Run-mäßig davor gehen muss. Dann kriege ich jetzt schon die Krise. So, jetzt aber. Hammer des Schmiedes. Sag ich doch. Das war so klar. Komm, jetzt was Geiles. Stab der Verwandlung mal wieder. Hm. Ist ja so viel da. Hm. Komisch. Stab der Verwandlung. Achso, Moment. Ich habe ja damals den Zauberstab. Ne, das war ein Zauberstab auch. So, wie sieht es hier aus? Hammer des Schmiedes der Feuerwut. Wenn du eine Kreatur tötest, erscheint der Geist, der diese Waffe inwohnt und erzeugt einen zusätzlichen Feuerschaden. Jo, macht gut. Schaden ist ein Streitkolben. Und hier haben transformiert das Opfer permanenten ein Huhn. Jo, ne, müssen wir wohl dann verkaufen. Einen kleinen Saphir. Jo, würde ich neu sortieren. Ich muss halt mir da treu bleiben, was ich da machen will. Ich würde sagen, ich tausche jetzt mal Coal Ducks oder ja genau das Eisvieh halt eben ja Coal Ducks gegen die grünen Drachenwelpen aus. Da unten in der Leiste holen wir jetzt die Pflanze wieder raus, um gleich ein bisschen Heilung zu bekommen. Ja, und dann läuft das doch schon ganz gut. Ist doch echt schon mal ganz geil. Eigentlich ganz erfolgreicher Part bisher. Hä, habe ich hier noch nicht komplett ausgelöscht? Ah doch, hier habe ich komplett ausgelöscht. Aber der Raum oben drüber nicht. Aha, weiß ich jetzt gar nicht. Ach genau, da kam ich glaube ich nicht überall hin. Hier war ja die Stelle mit dem Drachenwelpen. Ne Quatsch, das war die Stelle mit der Erleuchtungsgeschichte da. Okay, Pflänzchen mach was, wenn da was ist. Ne, bitte. Pflänzchen greift hier nur die großen Kreaturen an, so war es doch, ne. So, hau mal sinnlos gegen die Wände, in der Hoffnung irgendwas zu finden. Äh, ah, nein. Hm, jo. So, machen wir den hier. Den und den. Wunderschön. Ach, ich bin so schlicht. So, auf jeden Fall Raum erleuchtet. Raum erleuchtet. Raum erleuchtet. Ah, noch ein paar Versuche brauche ich. Ach du Scheiße. Moment, Drachenbaby, mach was. Ah, dauert ein bisschen, bis der aufgeladen ist. So, wir sehen ja, wo die Dinger rumplattern. Die sind halt mega nervig, das wissen wir ja. Gut, die da sind, die gehen noch. Die klauen nichts, die machen einfach nur, meine Inventar mühlen die zu mit irgendeinem Scheiß. Ja, genau, sowas halt eben. Ja, da haben wir ja auch noch die Quest, wo ich da irgendwem, wo ich dem Ogre da die Blutegel da irgendwie reinsetzen soll. Komm, trifft er mal irgendwas. Oh, ich treffe ja gar nichts. Na, jetzt aber. So, nächster down. Ja, da ist der Frosch dann doch ein bisschen besser. Hol mal den Frosch raus, der trifft die nämlich ganz sicher. Ich denke, das ist der Vorteil dann von dem, weil der holt die immer ganz sicher mit seiner Zunge weg, genau. Genau, deshalb ist der dann so wichtig gegen die kleinen Viecher. Hm, okay, haben wir nochmal was gelernt? Ich dachte nämlich, eigentlich müsste der Drach oder Koldax ja immer gleich sein. Ja, aber die schießen daneben, das ist halt der Nachteil. Oh. Ja, okay, wir sind noch in einer leichten Lernphase sozusagen. Gut, Frosch ist aber aufgeladen. Der holt jetzt gleich wieder ein, zwei weg. Jo, geht schon alles. So, von der Heilung her muss ich jetzt mal aufpassen, dass das so langsam da was kommt. So, wieder ein bisschen heller. Da kommt wieder einer angeflattert, der was schon down ist. Schön, Frosch. Ja, die Dialoge sind auch super von mir. Also Dialoge, die ich mit mir selbst halte. Ja, ist klar. So, was ist, wenn ich hier so... Ach, das war doch offensichtlich, oder? Ah, Vizca Axis. Okay, eine neue Axt eventuell. Gucken wir doch mal. So, wir hatten die ganze Zeit die Doppelachsen. Jetzt hätten wir die. Vizca Axis. Schaden 180. Chance auf kritischen Treffer bei Echsen. 6% verursacht. Dreifachen Schaden bei einem kritischen Treffer. Hui, das ist natürlich schön. Aber wir brauchen einen neuen. Stufe 9 brauchen wir da. Okay, haben wir leider noch nicht. Aber können wir uns mal eventuell für den Level Up vormerken. So. Läuft doch wunderschön. Vizca Axis. Bin ich mal gespannt, was für Quests hier in dem Bereich noch kommen. So, wie komme ich jetzt hier rüber? Achso, da hinten. Klar, logisch. Ah, da komme ich jetzt so einfach neben mir hin. Doch, komme ich. Hm, wo will ich weitermachen? Will ich hier? Ja, gehen wir mal nach links. Komm, egal. Froschmann regelt. Hm, das war die Nummer hier. Geht's hier auch nach unten? Ne. Ruhezeit ist auch noch in Ordnung. Ah, die Aktion. So, ja, hier würde ich jetzt sagen, hier heilen wir uns jetzt hoch. Das ist eigentlich eine gute Heilungsstelle. Ungefährliche Gegner. Sage ich jetzt einfach mal so. Und jetzt kann gleich mein Heilungsvieh da angreifen. Ich kann reinmetteln. Und da gibt's Heilung. Wunderschön. So. Beziehungsweise das Ding muss ich erst hochheilen. Dann gibt's mir die Heilung weiter. Kennen wir ja alles schon. Leider dauert das halt immer ein bisschen länger, bis die Tierchen da aufgeladen sind. Das ist der einzige Nachteil, bis sie einfach mal zünden und loslegen können. Praktisch. Und mich dann auch heilen. Sie, äh, die Pflanze jetzt zum Beispiel. Komm, heil mich mal. Hallo. Komm, Heilung wäre echt mal cool. Komm, so 100 noch was Heilung. Ist doch immer geil. Genau, 150 Heilung. Sehr geil. Oh, seht ihr? So kann man das halt dann effektiv nutzen. Sehr, sehr cool. Bla. Ja, hier bin ich irgendwann mal runtergejumpt. Ja, und hier komme ich nicht weiter. Okay. Genau, weil es hier irgendwo auch weiterging. Ne, keine Ahnung. Oh, das weiß ich. Irgendwie werden wir es schon noch regeln. Hm. Ja, alles klar. Oh, dann muss ich also da hinten weiter nach oben. Wie gesagt, dort ist ja auch der Gott dieser Ebene. Ich sage immer Gott, der Geist. Keine Ahnung. Der Äther. Okay. Was weiß ich. So, äh. Ja, und hier können wir noch ein paar Sachen einsammeln. Sehr schön. Rote Essenzen. Ja, können wir den Feuerschaden auch schon ein paar Mal zünden. Ja, muss ich auch mal gucken, ob ich noch weiter einen Magiebaum vorgehe. Ich habe ja ein gewisses Ziel, dass ich mir das Schwert da kaufe. Bei diesem Unepic-Dingens-Händler. Was weiß ich. Ah, hier ist es ganz so leicht, das zu entzünden. Aber ich habe so eine Idee, wie das gehen könnte. So irgendwie. Ja, so natürlich nicht. Also ich muss da runterjumpen. So, oben brauche ich definitiv wieder den Froschmann. Das können wir schon mal sagen. Dann kann der sich schon mal laden, bis wir oben sind. So, und jetzt muss ich da irgendwie rüberjumpen. Wie auch immer. So, da fallen die Flügel durch die Gegend. Ah, da habe ich noch vergessen, irgendeine Fackel auszulösen. Habe ich jetzt aus der Seen praktisch gemacht. So, und jetzt muss ich hier so rüberjumpen, glaube ich. Dann dürfte das fast reichen. Nein. Oh, wie nervig. Ein Sprung ins Ungewisse. Ja, das muss man ganz genau gucken. Oder ich nutze halt die Rollen der Ausleuchtung da. Das hätte ich können auch in dem anderen Raum mal machen. Einfach hier mal schneller vorankommen, weil ich die Rollen nutze. Ich dürfte mir die eigentlich eh wieder kaufen können und so Kram. Soll ich das einfach mal machen? Dann kann ich mir die ganze Jump-Rider sparen. Wobei da hinten noch eine Truhe ist. Ich muss es mal geografisch mal gerade merken. Ja, wenn ich einfach da runterjumpe, dürfte eigentlich gehen. Genau, ich weiß schon, wie ich da hinkomme. Gut, alles klar. Also ganz links dort runterjumpen. Dann müsste das eigentlich klappen. Ich sag mal, bin ich völlig verblödet. So, Froschmann-Regeltier. So, sehr schön. So, wo war das noch? So, wie komme ich? Ach so, da muss ich hier den Jump rüber machen, oder was? Ich denke mal, von hier ausgehend ist das dann. Oh Gott. Sehr geil. Ja, läuft ja eigentlich ganz gut, würde ich mal sagen. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir am nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ja, und dann gucken wir mal, wie wir weiter vorankommen. Macht auf jeden Fall eine mutierische Laune. Und ich sage bis dann, habt einen schönen Tag. Haut rein. Und ciao.